Wir haben vier Leute. Bitte lasst sie alle drinbleiben. Tief durch haben. Ich finde das immer noch so überflüssig, eben mit dem Halloween-Fritzen. Ich habe mich so erschrocken und wusste in dem Moment nicht mehr, wo ich hinlaufen sollte. Aber ich fand das cool mit der Mucke. Ja, aber da war wirklich, ich habe nichts gehört. Und dann kurz habe ich was gehört, denke ich, oh scheiße, ich glaube, der ist in der Nähe. Dreh mich um, um zu gucken, ob der hinter mir irgendwo kommt. Und in dem Moment hat der mich erwischt. Super. Das war so schnell irgendwie. Oder so ist es für mich zumindest jetzt rübergekommen. Ich gucke mir doch mal die Aufzeichnung an. Aber es war irgendwie, es war sauscheiße irgendwie in dem Moment. Also ich würde sagen, den Generator machen wir nicht, oder? Weil ich denke mal, dass der Killer wohl, oder? Doch, die gehen da hin. Dann lass uns das. Oh fuck. Fuck, fuck, fuck. Ey, lass mich da durch. Scheiße, ich höre die. Ah, das ist die mit dem Hasengesicht. Äh, du rennst, glaube ich, gerade nach rechts weg. Aber ich glaube, dich hat sie nicht im Visier. Doch. Ich höre, ich merke doch die, die Dinger, die sie wirft. Wow, ey, sie hat mich. Fuck, fuck, fuck. 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 Oh, scheiße. Nicht zu mir, bitte. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Die irgendwie fleckt gerade bei mir so ein bisschen. Was macht der jetzt da hinten? Ich glaube, der hat einen umgebracht, kann das sein? Ja. Irgendwo hier ist ein Generator. Ach, da hinten. Der ist kaputt. Scheiße. Gibt da ist noch einer drin? Mach. Oh, scheiße. Oh, fuck. Ich hätte gucken sollen. Irgendeiner ist, äh, aber ich weiß nicht wo. Oh, doch, doch, doch. Ich weiß wo. Oh, ich hab's gesehen. Ich sehe nur nicht, wo der Killer hinkommt. Da ist immer dieser große schwarze Fleck. Und deswegen sehe ich... Ist sie bei dir? Oder hast du auch gerade explodieren lassen? Ja. Ach, das ist das Feuer. Oh. Diese scheiß Krähen liegen auf dem Sack hier. Ja. Fick. Scheiße, sie haben's. Oh, oh, oh. Ach, das warst du. Ich sehe den Überlebenden nicht mehr. Ach, das ist der andere Typ hier. Oh, er kommt, kommt. Ich glaube, bei dir in der Nähe ist auch der andere Typ. Nein, nicht zu mir, nicht zu mir. Scheiße. Oh, ich glaube... Hat er dich? Nee, der hat den anderen. Lauf, 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 lauf. Ich glaube, da ist einer gestorben, oder? Äh, ja, hat, glaube ich, nichts gemacht hier. Nein! Hat er dich? Nee. Oh. Da ist ein Generator. Da ist der Killer. Oh. Da ist der Killer. Ja, ja, er hat mich. Er hat mich auf dem Fokus. Scheiße. Äh. Sag mir Bescheid, wenn er von dir ablässt. Nee, lässt er nicht. Ich versuche... Ah, ich bin rechts von dir. Rennen wir anders hin, bitte. Scheiße, du hast ihn genau auf meine Fährte gelockt. Wie, auf deine Fährte? Ja, ich hab den jetzt am Arsch, danke. Nein, hast du nicht. Wir haben ihn beide am Arsch. Oh, fuck. Seht ihr, wie ruhig ich geblieben bin? Oh, der Typ steht neben mir. Hilfe. Wo geht der hin? Er hat mich. Scheiße. Oh, danke. Und dann läufst du auch in meine Richtung. Wir stehen hier alle. Nein, er hat gesehen, wie ich hier reingegangen bin. Scheiße. Ja, warte, ich versuche dich jetzt nicht voll. Nein, er hat mich. Ah, ich werde aufgeschließt, ja. Scheiße. Er sieht dich, pass auf, pass auf. Ah. Er hat dich gesehen. Ah, fuck. Ah, was war das? Nein, nein, lauf weiter. Lauf weg, lauf weg. Lauf weg. Ach, ja, klar. Warte, er ist hier bei mir. Ja, er spießt mich auf. Kannst du doch laufen? Nein, ich liege. Nein, ich liege. Scheiße, scheiße, scheiße. Kommt jetzt wohl zu dir. Ja. Fuck, der Typ ist bei uns in der Nähe. Ich glaube, der versucht mich auch zu retten. Ja, er versucht mich zu retten. Fuck, 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 fuck. Danke, 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 danke. Ich bin aufgespielt. Ich habe versucht, ihn... Oh, ja, ich... Ich werde gerade gekillt. Nein, ich bin tot. Der hat mich aber nicht geheilt. Und ich kann mich nicht heilen. Scheiße, scheiße, scheiße. Der ist irgendwo hier in der Nähe. Der repariert gerade einen Generator. Nein, ich meine... Ach, du bist schon tot. Ich bin tot. Ach, fuck. Ach, da ist der. Oh, oh. Also, der ist jetzt hinter dir her, glaube ich. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Der muss mich doch hören, wenn ich da so rumstöhne. Oh, ich bereite mich dann schon mal drauf vor zu sterben. Ich bin hier beim Haken. Hm. Diese scheiß Creme. Wie gehen wir so auf den Zack? Aber dafür, glaube ich, ist es dann wichtig, dass du diese Kisten findest. Und dass du dich dann heilen kannst. Ja. Ich höre die ganze Zeit die Musik, Mann. Der muss doch irgendwo hier sein. Da ist ein Generator. Der repariert den gerade noch. Oh, fuck. Nee, nee. Nee, ist hinter mir her. Ich bin gleich weg. Oh, oh, oh. Scheiße. Der ist genau falsch gelaufen. Ich habe gedacht, der dürfte außen rum. Ich glaube nicht, dass er das schafft. Ich glaube nicht, dass er das schafft. Nee, glaube ich auch nicht. Nee, es wird da ihm her jetzt. Achso, ja, dann. Also entweder will er vom Fliehen oder der will versuchen, mich hier noch runterzupriegen beim Fliehen. Oh, ich bin aber kurz vorm Ende. Scheiße. Ich glaube, der kommt zu dir noch. Oh, der ist direkt hinter mir, der Dings. Oh, scheiße, 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 scheiße. Hat er dich? Nee, noch nicht. Aber der ist hinter mir her. Ja, das ist durch. Ja, ja. Und der andere ist abgehauen und wurde auch verletzt. Ich versuchte... Ja, scheiße. Nein, geh da durch, geh da durch. Ich versuch, den abzulenken, wollte ich gerade sagen. Aber... Achso, du kannst nur kriechen, wenn du dich nicht erholst in dem Moment. Oh, der eine heilt gerade, gerade in der Ecke. Gerade in der Ecke. Ich muss mich jetzt auch irgendwie versuchen zu erholen. Mist, Mist, Mist. Achte mal drauf, was der andere Typ macht. Ah, der ist hinter dem hier, ne? Ich glaube, ja, aber der hat... Jetzt, scheiße, ich bin nur die Hälfte erholt. Jetzt hat er mich. Mist. Scheiße. Ich habe gedacht, vielleicht hätte ich noch eine Chance, wenn ich mich erhole, was? Ja, der ist nochmal in einem Generator, der halb fertig war. Ah, jetzt geht's. Ja, nee. Scheiße. Also, bis auf das, wenn wir mit den Generatoren jetzt nicht so gut waren, finde ich, haben wir es eigentlich ganz gut gemacht. Also, ich habe zwei Situationen gehabt, wo ich dermaßen Panik hatte, aber versucht, habe, nicht in Panik zu verfallen. Schauen wir mal, was der Kerl noch so macht, ja. Ah, genau da in der Ecke war der aber eben. Aber er hört nichts. Geh doch nicht zu der Krähe hin, Mann. Ich denke, du bist ein Profi. Aber es hat einmal richtig gut geklappt, nur dass der sich nicht durch dieses Ding durchgeboxt hat. Was ist das? Dieses Totem. Totem Zerstören. Die habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Ich habe da mal was von gehört, aber ich habe es noch nie gesehen. Das geht auch ein bisschen schneller. Und was bringt dir das dann? Ja, das weiß ich noch nicht. Entweder steht das gleich drin. Cleansing. Cleansing, was auch. Immer das. Also Leute, wenn ihr wisst, was das heißt, beziehungsweise wisst, weshalb man da diese Totem zerstören soll, bitte schreibt es mir mal in die Kommentare. Weil das war jetzt nicht so wirklich ersichtlich dadurch. Was macht der jetzt? Weil ihm zu wenig gemacht oder was? Ja, weil der noch gar nicht angefangen war. Der will wieder zu dem einen gehen, wahrscheinlich, wo er wohin war. Der lag, glaube ich, gerade ein Bein auf dem Boden. Von dir? Keine Ahnung. Ich bin eigentlich hinten gestorben. Hier hat irgendjemand eine Kiste geöffnet, die habe ich gar nicht gesehen. Das ist noch eine. So, das hast du gleich. Jetzt erst so ein Zuppeln die ganze Zeit. Ja. Wenn du das machst, so wie er jetzt, also er geht ja, dann hört er dich wohl weniger, also von der Entfernung her und so. Da war aber ein Totendings. Das macht er jetzt nicht mehr, doch. Jetzt hat es auch gesehen. Wenn du aber läufst, hört er dich wohl von größerer Entfernung, so wie ich das verstanden habe. Und ich meine, du hinterlässt auch Spuren, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Oh, oh, die ist in der Nähe. Die oder der? Ja, ich sage immer die, weil das so ein Hasenkopf ist irgendwie. Sieht so weiblich aus, finde ich, der Killer. Ich kann auch sagen, der, der Killer. Das passt dann auch. Ist nicht mehr da, aber... Ich finde das doch schlimmer als Horrorfilme. Weißt du, bei Horrorfilmen kannst du zu 90% voraussehen, was passiert. Aber hierbei? Ach so, und der hört das auch nicht nur an den Generatoren. Ich denke mal, der hört das auch an dem Totem, wenn man da dran ist. Obwohl das wesentlich leiser ist, muss ich sagen. Bei dem anderen klopst der richtig laut. Schon wieder Cleansing? Also 600 Punkte kriegst du zumindest von den Blutpunkten. Das ist nicht wenig, ne? Ne. Ach, den haben wir dir nicht am Anfang versucht, ja? Ja, aber das war doof, glaube ich, in dem Ding. Ne, ne. Ich bin da noch in der Nähe. Oh. Nach dem Motto, jetzt wird er todesmutig geht in den Keller, oder was? Dachte ich gerade auch. Ist das hier mal ein Skigebiet gewesen? Ich weiß nicht, ich sehe hier aber alle so Slowbots rumstehen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Da ist er. Oh. Oh, der hat aber jetzt Blut gehackt. Ja. Oh, hier ist auch eine Kiste. Da würde ich jetzt aber nicht kramen. Ja, auf die Seite wäre ich jetzt auch nicht gegangen, weil der da wahrscheinlich jetzt gleich rumkommt, oder nicht? Er hätte ja auch drinnen rumgehen können. Geht auch nicht zu der Krähe. Aber ich denke, der hat jetzt nicht so den Plan davon, wo der, äh, wo die Generatoren sind. Weil der irrt auch so ein bisschen umher, so wie wir es auch immer machen. Ja. Oder versucht der jetzt wieder, ne, das ist das Feuer. Versucht der jetzt doch wieder zu, ne, das geht in die andere Richtung. Jetzt hat er sich gedacht, okay, der vom Anfang ist vielleicht doch besser, oder? Gut, okay, die Schritte und das alles, wenn du das als Killer auch so hörst, vielleicht sogar ein bisschen lauter. Aber mir würde das jetzt nicht sagen, in welche Richtung der dann ist, weißt du? Aber du hast hier diese Kratzspuren, die siehst du wirklich nur als Killer. Okay. Ja, wir sehen die Kratzspuren ja nicht. Das ist wie so zerbrochenes Glas sieht das aus, aber so blutig. Und dann, äh, ist das wie so eine Spur, die dann hinter dem herführt. So wie ich es verstanden habe, wird das wohl aber auch nur in einem gewissen, äh, Umkreis angezeigt. Also wenn du jetzt vor dem Fliegen könntest, rein theoretisch, weil du denn irgendwie, keine Ahnung, eine Palette ins Gesicht raus, oder so, dass der lang, ah, ach ne. Ich dachte, das wäre der Killer. Warum macht er den Generator nicht? Der war doch einer. Vielleicht hat er den noch nicht gesehen, jetzt. Oder sucht er die Falt, aber da war doch noch nichts, oder? Ah, der geht aber Richtung Killer, glaube ich. Ah, der ist in der Nähe. Ich höre den schon. Der ist immer noch runtergegangen. Da, oh, der hat den, oder? Ne, der läuft noch. Ne, aber er will zu dem Generator da in der Ecke, weil den hat er halb gemacht. Aber er muss ja zwei machen noch. Ja, der denkt sich jetzt auch scheiße, die haben es noch nicht mal geschafft, einen Generator zu machen. Da ist der Ausgang links, übrigens, sehe ich gerade. Weißt du das? Da links, da ist der Schalter. Oder will der den, ne, den Schalter will der nicht machen, ne? Also, ich weiß nicht, wie viele Generatoren das sind. Nein, er will den Generator, der jetzt hier ist. Der ist zur Hälfte fertig gewesen. Ne, der ist jetzt wieder, hä? Der ist wieder ganz zu Anfang. Ja, oder der will den machen, weil da auch der Ausgang ist. Aber es wäre auch unlogisch, weil der dann wahrscheinlich da weg muss, oder? Das ist so spannend, selbst wenn man nur anderen dabei zuguckt. Der ist der Letzte, der muss es wenigstens schaffen. Wobei wir jetzt, glaube ich, nichts davon haben, weil wir ja eh schon gestorben sind. Ja, für uns ist es gelaufen. Ja, ich glaube, wir kriegen auch keine Passive, so nach dem Motto, unser Team hat gewonnen. Ja, jetzt habe ich aber nichts gesehen, wo der, wo der draufdrücken könnte. Ne, ne, er hört jetzt auf, weil er, das merkt er ja sofort, der, äh... Ne, wie gesagt, ich habe jetzt nicht gesehen, dass er was hatte, wo er draufdrücken konnte. Doch, doch, er hat ihn, er hat ihn. Äh... Oh, ne. Also, ja, ich sage mal, so versucht er aber schon, eigentlich ein Profi auszutricksen. Aber er ist so ein bisschen planlos irgendwie in der Gegend, der gehört die ganze Zeit. Das ist mies, das ist richtig mies. Vor allen Dingen, diese scheiß Killer, warum können die mal auf einen, hinter einen hinterher, äh, werfen? Das ist doch Mist. Der macht sich jetzt so Spaß, draus hinzugewerfen. Der hätte ja noch einfach nur ausspießen können. Ne. Guck mal. Das ist ein Arsch von Killer. Das ist ein Hase. Trotzdem, das ist ein Arsch von Killer, aber sieht sehr männlich aus. Das ist, ich sage mal, lieber er, ja. Jetzt macht er noch den eingefallten. Aber das gibt er wieder auf. Ich habe nämlich, siehst du, 16 Punkte hatte fürs Kämpfen bekommen. Also, ich kämpfe bis zum Ende. Und dann kriege ich mehr Blutpunkte. Nachdem ich jetzt das eine Mal nicht bis zum Ende gekämpft habe, weil ich es halt nicht wusste. Ich hatte gerade 7800, glaube ich, als Gesamtpunktzahl drin. Und dann ist er auf einmal runtergegangen und hat jetzt wieder auf die 7800 hochgerechnet. Was war denn das gerade? Also, ich gehe mal raus, ich mache mal Upgrade, ja? Ja.